Sobald du deinen Seelenplan kennst und dem Ruf deiner Seele auch folgst, werden sich einige Dinge in deinem Leben grundlegend ändern. Fangen wir an mit dem Seelenberuf. Sobald du deinen Seelenberuf wirklich lebst, den er erschaffen hast, wirst du wieder viel mehr Freude, Spaß und Leichtigkeit haben mit dem, was du tust. Weil du mit deinem Seelenberuf wirklich deine einzigartigen Gaben und Talente auch zur vollen Entfaltung bringst. Der nächste Punkt ist, du hast deinen wahren Sinn, deines Daseins hier, den Grund, warum du hier angetreten bist, jetzt klar. Du kennst deine Bestimmung, warum du hier bist. Du bist auf tiefer Ebene im Einklang mit dir selbst und bist auch wirklich motiviert. Und gehst auch mit Disziplin deinen Weg, der Weg, der zu dir gehört, weil du dich dann wirklich auf deinem eigenen Weg auch findest. Und auf einer ganz tiefen, tiefen Ebene hast du mal Kontakt zu deiner wahren Seelenessenz, zu dem, was dich ausmacht. Das ist das, was wir Selbstverwirklichung nennen. Im Sinne, was schon in dem Wort drinsteckt, im Sinne von ich wirke. Du wirst dein volles Potenzial entfalten und ja, möglicherweise oder mit ziemlicher Sicherheit auf gewisse Art und Weise wirklich über dich hinaus wachsen. Du bist authentisch dich selbst, ganz authentisch dich selbst. Und das ist etwas, was du dann natürlich auch ausstrahlst und dementsprechend auch die Menschen in dein Leben ziehst, die dich wirklich bereichern, die dir Energie schenken, die dir Impulse schenken, die dir den Rücken stärken, die dich inspirieren. Mit anderen Worten, du fühlst Erfüllung auf allen Ebenen. Du bist wirklich im Einklang mit deiner Seele. Du hast so ein tiefes, tiefes Gefühl der Verbundenheit, wie vielleicht zum allerersten Mal in deinem Leben. Du hast das Urverbrauen ins Leben wieder zurückgewonnen. Und es macht sich auch so eine innere Zufriedenheit breit. Und zwar in allen Bereichen deines Lebens, was letzten Endes auch auf der beruflichen, auf der gesundheitlichen und auf der privaten Ebene auch dazu führt, dass sich da auch ganz viel so verändert, wie du es eigentlich wirklich haben möchtest. Also, du merkst schon, sobald du deinen Seelenplan klar hast und auch dem Ruf deiner Seele folgst, wird sich dein Leben so viel zum Positiven wenden. Und fühle dich auch herzlich eingeladen, dicke Herzensempfehlung. Komm in die Masterclass, The Big Essence to Start Your Free Life. Die findet jetzt bald statt, am 8. Februar. Wenn du an dem Tag keine Zeit hast, kein Problem, melde dich trotzdem an. Du bekommst eine Aufzeichnung. In der Masterclass bekommst du einen essentiell hilfreichen Plan für dich, der dir den Weg in dein Herzensleben zeigt. Wir tauchen da wirklich mit dir gemeinsam ein in deine wahre Größe. Du wirst mal auf einer ganz, ganz tiefen Ebene da auch Kontakt zu dir selbst haben und wirst da viel, viel mehr Klarheit haben, was deine nächsten Schritte auf dem Weg sind und kannst diese dann auch mutig und entschlossen gehen, wenn du das möchtest, in das Leben, wo die Reise eigentlich hingehen darf, von dem du einfach schon zueinander träumst. Link findest du in der Nähe von dem Video hier. Meld dich an und dann sehen wir uns in der Masterclass. Wir freuen uns auf dich. Bis dahin. Ciao, ciao. 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 Ciao.